Check this out Aus dem Weg, Geringverdiener Vamos a la playa Vamos a la playa, al fin de esta playa Ritmo de la noche, sans salir de estar Vamos a la playa, al fin de esta playa Ritmo de la noche, sans salir de estar 20 Minuten später Ritmo de la noche, sans salir de estar Wow Ritmo de la noche, sans salir de estar Vamos a la playa, al fin de esta playa Ritmo de la noche, sans salir de estar Vamos a la playa, al fin de esta playa Ritmo de la noche Ritmo de la noche, sans salir de estar Wow Morse Mutual Insurance, how can we help you? I can do that Ritmo de la noche, sans salir de estar No es un parque Ritmo de la noche, sans salir de estar Alter, die fahren aber auch, ne? Oh, der verpisst sich. Scheiße, Offensäge. Plan los, kriegen meinen Plan los. Ich wollte gerade sagen, Jungs, hier ist Autobahn, jetzt mach Gas. Komm bestimmt gleich die nächste wieder runter. Oh, Digga. WTF? Ich bin ja nicht reingefahren, ich hab die nicht berührt. Hinten auf der Autobahn halt einfach an und steigen aus mit vier Leuten. Zwei laufen weg, drei bleiben stehen. Was ist das denn? Ah, genau wegen solchen Momenten mach ich das. Einfach mal 10-15 Minuten Detail erfahren, Alter. Jetzt am Ende kommt so ne Situation bei raus. Die Brees sind jetzt einfach weg oder sind sie wieder eingestiegen? Ich glaub, die sind weg. Die anderen sind jetzt glaub ich auch weg. Lass. So, Brees, und jetzt rückwärts einpacken, ohne gegen die Warte fahren. Ja, geht noch ein Stück, geht noch ein Stück. Oh mein Gott, wie fährt der denn? Boah, ach, kein. Okay, das war jetzt nicht geplant. Guck ich einmal weg, da steht da jemand. Der ist doch noch schneller mit dem Scheiß offen als ich. Wow. Der ist ja auch nicht fulltude. Der ist ja motormäßig, der wird dann gar nichts. Alter, wie der Kamau abzieht. Der ist großartig. Ich bin sehr hart und jäublein. Ich bin sehr hart. Ich bin sehr klar, wenn ich dasdecins gemacht habe! Der war massacrägt von den introduktionen. Ok. K Clock folder ist die Tag. آپ jeden Tag bezweizer und den da organisationen Hehehe, das hat er einfach verlassen, what the fuck? What the fuck? Warum wartet er, bis ich angehalten habe? Hehehe, ach Digga, musst du jetzt abwiegen. Hehehe, ich glaube so eine Internetleitung ist ihm wie nicht die beste. Hehehe, das geht ja bald. Hehehe, die fahrt sich alle Zeug zusammen, ey. Hehehe, ja moin, jetzt hat er halt das Spiel verlassen. Also entweder ist seine Internetleitung wirklich schlecht und einfach gerade abgeschissen, oder er ist jetzt einfach kackendreist rausgegangen. Ich hab mich schon gefühlt eine Stunde hier zusammen rumgefahren sind. Degga, warum sprichst du mitten in der Luft raus? Degga, warum sprichst du mitten in der Luft raus? Oh mein Gott, da gibt's hier echt nur noch so hobbylose Idioten, ey. Oh. Mein Gott, was hat man davon? Was hat er geschlossen? Hier ist eine 11. 3. Would you like another card? 21. Haben Sie jetzt etwas für Sie? 5, 11... Da haben wir 18. Die sind noch geschlossen. Oh, schön. Jawoll! Ich glaub, er liegt am Stuhl. Ja, war klar. War so klar, dass sie jetzt auch ein Blackjack kriegt, ne? Ey, komm jetzt übertreib mal nicht, ey. Ein Feini. Ach, Mann, ey. Ne, jetzt will ich keine mehr, aber jetzt kommen wir in den Zehner. Och, Mann, was hat die für ein Luck, die Bitch? Gut, er meinte nur am Tisch, der sitzt an der Groove, das ist hier eine gute Laude. Ach, Mann, was hat die für ein paar Leute? Das ist ein paar Leute. Da haben wir 18. 20? Would you like another card? 2? So. Ach, der Hase, Bitch. Alter. Dealer wins. Dealer kriegt er auf die Fresse. Wirklich, wer? Jawoll. Zauk mich jetzt wieder hoch. Ein paar Sekunden später. Ja, warten wir bei halb. Ah, ja. Mal schön auf die Fresse in der letzten Runde. Oh ja, jetzt hier so halb synchron. Oh, ne, denn das ist doch mal... Wenn wir jetzt nicht gegenseitig auf die Füße treten, ist alles gut. Hahaha. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, aber ich bin jetzt gerade am Strand wach geworden, aber nicht mehr am Strand vor der Insel. Von der Insel verbannt wegen Alkoholmissbrauch. Hahaha. Hahaha. Have a good time. Auf Wiedersehen. Ja, stop. rés slave. Auf Wiedersehen. turf Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Abeni, 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 Abeni. Den Helikopter 117 Tag ein, Tag aus, der gleiche Tagesablauf Ich frag mich, ob du überhaupt existierst Doch alle sagen, dass man die besten Dinge findet Wenn man sie nicht sucht, die Antwort auf alle Fragen Mein Hauptgewinn, ja, das bist du Auf einmal stehst du da und darfst mich an In meinem Kopf ist eine Achterbahn Alles anders wird still, keine Menschen mehr Und die Lichter strahlen in tausend Farben Sag mal, spürst du das auch? Gefühle außer Plan In meinem Kopf ist eine Achterbahn Völlig abgefogen, keine Schwerkraft mehr Nur noch du und ich und ein Licht am Meer Und ein Licht am Meer Gefühle außer Plan, ja Wie in der Achterbahn Gefühle außer Plan, ja Wie in der Achterbahn Gefühle außer Plan, ja Gefühle außer Plan, ja Wie in der Achterbahn Gefühle außer Plan, ja Gefühle außer Plan, ja Wie in der Achterbahn Was ist die Tourette? Achso, soll ich dir eine Lesbenlomba machen oder was? Das ist jetzt blöd Das ist jetzt blöd So, jetzt kannst du gehen Steckte aus, wenn du gehen willst Steckte aus, wenn du gehen willst Steckte jetzt nicht aus, Mann Steckte jetzt nicht aus, Mann Das nächste Mal beleidigen wir nicht, du Bitch O U 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 Autsch, fast hops gegangen, aber ich hätte doch da oben in den Pool landen sollen. So, gehen wir ins Bettchen und machen mal Feierabend für heute. Bis zum nächsten Mal.